Die Legende vom steinharten Herzen Ein junger Mann richtete all sein Sinnen und all sein Streben darauf, reich zu werden. Vom frühen Morgen bis in die Nacht hinein ging er diesem Ziel nach, lärmte und arbeitete und hatte keine Zeit für fröhliche Spiele, für Lieder und richtige Freunde. Auch das Reden mit Gott und das Leben in der Gemeinde sah er als nutzlos vergeudete Zeit an, wenn er dabei nicht ein Geschäft im Auge hatte. Dennoch kam er auf seinem Weg längst nicht so schnell voran, wie er es sich erträumt hatte. Eines Tages kam er mit dem Kunden Hinkefuß ins Gespräch, von dem die Leute in der ganzen Gegend sagten, er sei ein Satan und habe schon vielen Menschen Böses getan. Ja, nicht wenige habe er völlig zugrunde gerichtet. Er traf ihn am Heckenweg vor der Stadt. Dieser Kunde Hinkefuß fragte den jungen Mann, ob er nicht schnell und ohne große Mühe Geld scheffeln und reich werden wolle. Genau das wollte der junge Mann sehr gern. Du musst mir allerdings dein Herz ganz und gar übergeben, sagte Hinkefuß. Wer kann denn ohne Herz leben? fragte der junge Mann zurück. Ich gebe dir ein anderes Herz, ein Herz von Stein. Ein Herz von Stein? Dem jungen Mann wurde es unheimlich. Wer schnell und ohne große Mühe reich werden will, der kommt ohne ein solches Herz nicht ans goldene Ziel, sagte der, den sie Satan nannten. Und es sprach aus seinen Worten eine große Erfahrung. Da willigte der junge Mann ein. Er spürte, wie er sich in seiner Brust verhärtete. Tatsächlich gelang ihm vieles, was er früher nicht vermocht hatte. Aus dem jungen Mann wurde allmählich ein gerissener Kaufmann. Ihn rührten jetzt nicht mehr die Tränen und Sorgen der Menschen, denen er Geld geliehen hatte und die es ihm nicht pünktlich zurückzahlen konnten. Erbarmungslos ließ er ihr Hab und Gut verkaufen, um mit Zins und Wucherzins zu seinem Geld zu kommen. Eiskalt ließ er jene von seiner Tür wegtreiben, die ihn um Brot baten oder etwas verkaufen wollten. Ohne Gewissensbisse betrog er, wo immer das möglich war, trieb die Preise in die Höhe und zahlte Hungerlöhne. Die Arbeiter, die er beschäftigte, waren für ihn nur Maschinen, von denen er Gewinn erwartete. Dass sie Menschen blieben, Wünsche und Träume hatten, für ihre Familien sorgen mussten, das alles scherte ihn nicht. Wurde einer von ihnen alt oder krank, schickte er ihn unbarmherzig fort. Als der Kaufmann heiratete, war er schon unermesslich reich. Dennoch sah er darauf, dass er eine reiche Frau bekam. Die Jahre vergingen. Der Rücken des Kaufmanns beugte sich allmählich, seine Augen wurden schwächer, er verlor einen Zahn nach dem anderen. Gelegentlich ertappte er sich dabei, wie er hinter seinem prächtigen Schreibtisch saß und ins Nachdenken kam. Dann konnte es sogar geschehen, dass er überhörte, wenn sein erster Verwalter zu ihm hereintrat. Er wird allmählich alt, spotteten seine Sekretärinnen hinter der vorgehaltenen Hand. Ich bin ein einsamer Mann, dachte der Kaufmann in solchen Stunden. Niemand will etwas mit mir zu tun haben. Ich habe keine Freunde. Das Herz von Stein lag ihm an solchen Tagen kalt und schwer in der Brust. Er erkannte, dass für alles Geld in der Welt richtige Freundschaft nicht zu kaufen ist und Liebe erst recht keinen Preis hat, ja, dass nicht einmal eine herzliche Zuneigung durch Gold aufgewogen werden kann. Wenn ihn solche Gedanken überfielen, verließ er sein Büro und spazierte vor der Stadt durch Wiese und Feld, ohne an Gewinn und Geschäft zu denken. Und das war seit seinen Kindertagen nicht mehr vorgekommen. Aber das zarte Sommergrüner freute ihn nicht und die weite Landschaft und der Singen der Vögel war ihm kein Trost. Auf einem solchen Wege begegnete ihm eines Tages am Heckenweg vor den Mauern ungefähr an der Stelle, an der der Hinkefuß ihm das Herz von Stein gegeben hatte, der Bischof der Stadt, Nikolaus. Na, sprach Nikolaus den reichen Mann an, haben die Geschäfte ihnen Zeit gelassen für einen Spaziergang? Der Reiche blieb stehen. Er kannte den Bischof, den er gelegentlich gesehen hatte und sagte, ich bin den Geschäften davongelaufen. Sie gingen ein Stück miteinander. Da erzählte der Reiche dem Bischof von seinen Sorgen und schloss mit den Worten, Geld und Gold haben mich einsam gemacht. Das Glück, dem ich nachjagte, habe ich in meinen Schatzkammern nicht gefunden. Ich wüsste mir keinen Freund und sogar meine Kinder lieben das Geld mehr als mich und ich nehme an, sie können meinen Tod kaum erwachen, weil sie bald alles erben wollen, was ich besitze. Eine schwere Krankheit lässt sich nicht heilen ohne bittere Medizin, sagte der Bischof. Ich würde jede Medizin schlucken und wenn sie mir helfen könnte, dann sollte mir selbst die bittere Galle so süß wie Honig schmecken. Was meint ihr, Bischof Nikolaus, könnte mir helfen? Auch ein Herz von Stein kann schmelzen, antwortete der Bischof. Jeder dankbare Händedruck eines Armen, dem sie mit ihrem Geld aus der Not helfen. Jedes warme Gefühl, das einen Hungernden erfüllt, wenn sie ihm reich zu essen gegeben haben. Jede heiße Freude eines Kindes, das sie beschenken. Das feurige Fieber eines Kranken, das entweicht, weil durch ihr Geld ein kundiger Arzt und gute Arzneien bezahlt werden können. Das alles ist Glut, die ein Herz von Stein schmelzen kann. Kurz geben sie das, was sie zusammengescharrt haben, besonnen und mit vollen Händen den Armen. Das ist die Medizin, die ihnen helfen kann. Der reiche Alte begann, diese Medizin zu schlucken. Erst schien sich sein Herz im Leib umzudrehen, wenn er dahingab, was er so lange zusammengerafft hatte. Doch allmählich fiel es ihm immer leichter, die Armut aufzuspüren und ihr abzuhelfen. Ihn, dem bislang Neid, Missgunst, Verwünschungen und Wut entgegengeschlagen waren, begann man nach einiger Zeit, den guten Mann von Myra zu nennen. Schliesslich hatte er den ganzen großen Reichtum verteilt und konnte niemand mehr mit Geld helfen. Niedergeschlagen wartete er darauf, dass man ihn wie einen ausgenommenen alten Hahn beiseite schieben und verächtlich anschauen werde. Aber das war keineswegs der Fall. Er blieb der gute Mann von Myra und in jedem Haus, auch in der ärmsten Hütte, nahm man ihn freundlich auf und jeder teilte mit ihm, was er besaß. Da spürte er ganz deutlich, dass sein Herz von Stein geschmolzen war. Als er später gestorben war, trug bei der Beerdigung der Bischof selber das Kreuz. Eine große Schar von Kindern, Armen und Bedrängten folgten dem Sarg bis ans Grab. Im Heckenweg vor der Stadt aber stand der Hinkefuß. Knirschte mit den Zähnen und schüttelte wütend die Fäuste.